Ich schiede Sie, Herr Bundesrat Barmerlein, ich bin zum Patron Manstrichsbind. Ich schiede Sie, aber ich bin zufrieden. Ich schiede Sie, ich bin zufrieden. Ich schiede Sie, ich bin zufrieden. Als Ökonom ist mir absolut bewusst, dass es eine Welt ohne Ingenieur nicht gäbe. Es gäbe kein Feuer, es gäbe kein Rädchen, es gäbe kein, wenn man weitergeht, kein Raumschiff, und es gäbe aber auch, wenn man gerade von der heutigen Zeit redet, kein Medikament. Ich wünsche mir natürlich noch viel mehr Ingenieurinnen und Ingenieuren, denn wir haben einen Fachkräftemangel, und Ingenieure und Ingenieure, die wirklich top sind, die sind extrem gesucht, gerade im Wirtschaftsraum Zürich. Die Ingenieure sind wichtig, sie sind Teil der Zukunft in der Schweiz. Man muss mit diesen neuen Herausforderungen gute Kompetenzen entwickeln, und für die Behörden, sei es Bund, Kantone, aber auch die Arbeitswelt, die soziale Partner. Diese neuen Tendenzen zu antizipieren, das ist nicht immer einfach. Für mich war es beeindruckend, zu sehen, was Ingenieurinnen und Ingenieuren eigentlich machen. Z.B. der Tetraplegiker Rollstuhlspotter David Mousset, kann dank einem Chip im Rücken wieder zum Teil laufen. Ich finde einfach, dass wir Ingenieuren zeigen müssen, was wir alles entwickeln, was in der Eisenbahn ist, was in der Kaffeemaschine ist, wenn wir zum Arzt gehen. Überall ist Ingenieurskunst verbaut, und wenn wir darüber berichtet, sind wir auch noch stärker resibel. Ingenieurinnen und Ingenieuren 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 Informatis Lou shoulders 기� gering G Sie B Gott Untertitelung des ZDF, 2020